Ja, angenommen ich möchte hier zu den zwei Rechnern noch einen dritten installieren, kann ich mal ausprobieren, klick und schon heißt maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte überschritten. So, wenn ich also jetzt drei Rechner zusammenschalten möchte, dann brauche ich einen sogenannten Switch und über diesen Switch kann ich dann praktisch weitere Rechner anschließen, allerdings muss ich hier das Kabel entfernen. So, jetzt dürfte das Ganze wieder funktionieren. Okay.